Du hast das Rätsel des Tempels gelöst. Wie hast du das geschafft? Du bist schlau! Hinselbst raus! Unwichtig! Die Macht, die er birgt, wird bald dem Imperator dienen. Ich fürchte dich nicht. Dann wirst du mutiger sterben als die meisten. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das wäre nicht das erste Mal. Es wurde vorher gesagt, dass du hier sein würdest. Unser langersehntes Treffen ist endlich Wirklichkeit. Freut mich, dass du meinetwegen Vorfreude verspürt hast. Wir müssen keine Gegenspieler sein. Der Imperator wird Gnade walten lassen, wenn du mir sagst, wo die verbliebenen Jedi zu finden sind. Es gibt keine Jedi. Dafür haben du und deine Inquisitoren gesorgt. Vielleicht wird dieses Kind eingestehen, was du leugnest. Ich habe angefangen zu glauben, dass ich wüsste, wer hinter dieser Maske steckt. Aber das kann unmöglich sein. Mein Meister könnte niemals so abscheulich sein wie du. Anakin Skywalker war schwach. Ich habe ihn vernichtet. Dann werde ich seinen Tod rächen. Rache ist nicht der Weg der Jedi. Ich bin kein Jedi. Rache ist nicht der Weg der Jedi. Ich habe ihn praising, dass ich meinen Kanan, das ist er! Ich weiß, ich hab dich! Eshoka, komm schnell her! Eshoka? Eshoka. Anakin. Ich werde dich nicht zurücklassen. Nicht dieses Mal. Dann wirst du sterben. Eshoka! Eshoka! Nein! Nein!